totally accurate battle simulator da ist es und ich werde einfach mal die kampagne spielen und werde sehen was das spiel bietet ich glaube ich gehe mal auf introduction so hier ist unsere fläche wo wir bauen können also auf der seite hier und da sind die gegner auf jeden fall haben wir hier wahrscheinlich barbaren oder so das sind ja auch das sind hier die klappers protector okay ein schild okay das ist sehr gut spiel vor ich glaube der wirft sperren okay wir können uns nicht leisten dann machen wir jetzt zwei von denen ich glaube wir gewinnen ja wir gewinnen oder online wird er es schaffen er lebt noch erlebt noch mein gott wie überlebt er das junge was soll denn das alter nein er hat ihn bitte treff ihn ja genau er hat einfach geschafft jetzt haben wir nur diese leute die sperre werfen anscheinend wieder nicht viel ausgehalten aber wir können das schaffen nein ja genau perfekt jetzt haben wir ein typ mit dem stein wir haben irgend so ein ich habe keine ahnung was die machen die normalen anhalten okay okay das müssen wir gewinnen oh mein gott die werfen stein leute wie geil okay den haben sie aber ich habe das noch ich habe es noch die eine los hoch getroffen stellen wir ganz viele stoner hier hin was macht der bonemage ich steine mal einen davon hin und damit wenn die anderen hier alle sterben dass wir noch ein paar haben die noch zu nicht auf dem boden will aber nein ich glaube wir verlieren aber ich glaube ich kann irgendwie so eine ach da unten sieht man die zeit okay ich kann irgendwie solche teile hier machen so eine knochen das kann man das kann man sogar schaffen nein 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 ist das denn okay das kann ich vom original spielen noch nicht wollt ihr müsst das jetzt schaffen alter der eine überlebt noch ja oh gott sei dank einfach mit dem stein abgeworfen oh nice ey die maps ey wirklich ich feiere jetzt schon das spiel alter wir haben einen schiff train und einen mammut ein mammut hä ok wir haben nicht genug geld dafür es einfach einen mammut gibt ok die farmer sind sehr gut bei nahkampfeinheiten oh gott ok das war's nein ok das war nicht gut oh gott was seid ihr ein dumm oder was ich habe mich einfach mit dem speer durchgelöchert was soll das denn okay wir dürfen keine davor hinstellen oder doch jetzt los ist ein einziger überlebt ist scheiß ernst man warum hat das jetzt nicht so gut geklappt scheiße los greift an nehmt steine und bewerf sie alter braucht nie lange ok ich habe eine bessere idee mir ist gar was eingefallen wir machen einfach hier ein paar weg wir stellen irgendeine andere einleiten keine ahnung wir stellen zwei noch mal von denen hin vielleicht noch einen und das fand ich kann noch solchen stellen so ich mache einen einfach das geht sogar okay man kann einen da rum und stellen denn jetzt kann ich wenn das spiel beginnt zu dem hin gehen und kann einfach von hilton das machen okay das ist nicht schlecht das ist eine gute taktik eigentlich wie wollen die hier eigentlich hochkommen ich glaube die können gar nicht mehr hochkommen kopfstoß ok ok es ist sehr dumm aber man könnte damit das auf jeden fall schaffen ok ich glaube das endet nicht gut und was kann man denn hier machen ich glaube ich stehe einfach hier ganz viele protektor hin nein verfehlt ok die einen werfen sie doch einfach rauf oh mein gott aufsache keinen von den eigenen männern umbringen warum verfehlt er so sehr was war das für ein schuss alter der soll nach dahin gehen nach da und nicht nach da ja das bringt nichts aber die kommen halt nicht hoch aber ich kann die auch von oben glaube ich nicht obwohl vielleicht das wirklich sollen bekommen wäre es sehr dumm aber oh mein gott das funktioniert ok leute das dauert jetzt ein bisschen sex ein halb stunden spät einer lebt noch davon ich habe es geschafft alter nee das nee das kann nicht wahr sein ich werde es einfach nicht hinterfragen das sind wahrscheinlich die alkoholiker ne das sind die barkeeper ich habe genug geld als mammut ey was macht denn das alter ok oh nein die überwerfen mich mit irgendwelchen sachen alter viele leben hat das ok ich habe es geschafft ok das mammut ist op alter wenn ich die ganze zeit mammut benutzen kann was muss ich eigentlich anders machen also ich kann das die ganze zeit machen weil ich seht euch das an ich habe wieder gewonnen ok die haben hier so eine sensen ja nochmal jetzt los ja ey diese maps sind einfach zu geil junge kann mich auch reingehen was ist das denn warte mal da muss ich jetzt noch hin was war das wo war das jetzt ok jetzt kommt irgendein geräusch secret undockt executor hä ne oder ok ok ich kann jetzt diese andere benutzen diese diese von dem diese farmer kann ich jetzt benutzen ok ok wir haben wir haben hier ritter wir können leider nicht mehr als mammut benutzen aber wir können ein scarecrow benutzen der hat raben ok ok mal sehen was der macht was macht der mein gott also der wirft raben oh die raben fliegen einfach hin oh äh warst das hallo oh gott ja los ich weiß nicht was ich von der einheit halten soll irgendwie waren die jetzt nicht so gut ok ein wheel wheelbarrow oh ich glaube das ist also früher war es so ein äh aber es war so eine kutsche gewesen irgendwie so eine rennkutsche früher das weiß ich noch ok das ist wirklich nice oh oh die leben noch die anderen die ok die steigen dann anscheinend aus das ist wirklich nicht schlecht ok einer hat noch überlebt der portion nee das will nichts ich bin ziemlich sicher komm jetzt laufe ich die alle hier hin und dann bam alter oh nein scheiße ich hab aus für sie ich hab aus für sie gedrückt dass man das nochmal neu starten soll ok angetäuscht ins gemetzel ich lebe noch warum lebe ich noch ok ich lebe nicht mehr äh wir schaffen das noch oder? ne doch ne doch wir schaffen das das war nice alter die haben sich mit den sensen nicht selber umgebracht aus irgendeinem Grund die machen Musik die heißen wahrscheinlich tubadechse was tun die? die machen auf jeden Fall Musik das ist schon mal sehr krass oder machen die Gegner dann sind die Gegner produktiver oder was? ok der fährt immer noch der fährt immer noch oh mein Gott aber sieht der aus wie Boboas alter we don't we don't make mistakes we have happy accidents ich bring hier um i am going to kermit suicide oh lebt noch nicht? ne ok ich bring jetzt mal die anderen um Boboas holi ok das war was das ist wie bei Clash Royale oder so was warte mal ich guck jetzt auch mal hier nochmal ob hier irgendwelche sequels sind das würde mich jetzt mal interessieren ok egal das dauert mir zu lang wir haben 3000 kann ich nicht einfach alles von der Heftlinge machen? oh Gott das ist weg oh oh ok es hält sich die Heftlinge springen rauf oh mein Gott alter und dann wenn er es katapuliert reinhaut nein ist vorbei ah es hat ein bisschen verfehlt ok stone away Erfolge Erhungsschart freigestellt ok mach das kalte Polch kaputt los die kann das kalte Polch schießen gut wir haben trotzdem gewonnen ok wir haben hier den König anscheinend der hier mit kämpfen muss wir stellen aber vier von den Teilen hier hin und äh ganz viele Heftlinge die Taktik musste aufgehen wenn das der geheilt wird der wird bestimmt geheilt auf ihn ok wir haben die Heiler getötet ok er dreht sich im Kreis ok das Ding müssen wir haben Koalition aufm Boden nein wo wo hast du pass auf ok ein Fahrer überlebt noch er hat sein er hat die Forge hinter seinem Rücken ok jetzt ist er tot hat er Obst in der Hand gehabt einen Apfel oder so ok ich glaube das war's ok ok oh nein er wurde überfahren er lebt er noch er liegt oh mein Gott er liegt unter der Kutsche ich glaube er ist tot oh Alter habt ihr das gesehen Junge oh Gott wer bin ich ich glaube ich bin der Typ der die wirft komm Bob Ross wir kriegen das hin oh Gott wir haben wir uns selber erwischt oh Gott ok ich bin tot ok sieht gern wieder drauf zu der sieht so heftig aus er macht einfach die Tee Pause er schwebt sogar oh Gott ok die Heiler sind tot die Heiler sind tot es ist möglich das zu schaffen wenn ok wer hat mich verkackt ich hab noch überlebt was was ok ok gut dann haben wir es einfach trotzdem geschafft sehr gut Peacemaker oh mein Gott alter diese Welten werden immer geiler ok wir haben Schilde und Speertypen ok alter das ist das ist nice ok da kommen sie ok getroffen sehr gut ich glaub wir haben gekackt ich glaub wir haben gekackt der zielt einfach in zu jernseits oh mein Gott nein ok ok ich bin einfach ok ich hab keine ahnung wo ich bin ok der Bart ist so unnütz alter kann gut sein ok pass auf Leute hey Hilfe die Kamera das muss jetzt raus werden oh Gott die Kamera ist so scheiße alter ok wie geil sind denn die Maps das ist einfach hier so ne kleine Stadion los oh mein Gott alter mit nem Schild irgendwo war's ok er wirft sich rein die Eierlin ok der ist sehr gut dieser Knight oder wie der heißt jetzt haben wir hier solche Typen mit Schildern und Speeren die sind auch sehr gut ok ich glaub Archer ist nicht so gut ähm deswegen würde ich sagen wir holen uns noch einen Knight der hier ist 1 2 1 2 so zieh ich in die Welt diese Knight sind zu OP Junge gutt euch jetzt an wir werfen sie einfach in die Einheiten rein oh Gott ich will die selber nicht attackieren ok ich bin tot 1 2 1 2 1 2 2 2 3 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 wir schaffen das ich glaub die haben sehr wenig Leben alter ja bei einem stark sind die einfach tot ok was ist das was ok die sind OP alter ok das war äh nicht so gut ok wir gehen außen rum ok den haben sie den haben sie ok erzählt die mit und dann wirft ihr die einfach weg alter brutale brutale Dudes muss ich sagen oh Gott ich überlebe aber noch ich überlebe noch ach du scheiß oh Gott oh Gott das war's was kann ich mit dem machen ok die hauen einfach nur ok ich dachte die machen was besonderes aber anscheinend nicht ok es lebt noch einer glaube ich ja das war sehr gut ach du kacke weil war das auch sehr gut los ja ok es war sehr gut ok könnt ihr auch mit Schlangen beschießen ok oh die Schlange ist weggeflogen ok Zeus wirft die mit äh Dings ab mit Blitzen oh das war sehr einfach ok Zeus hat die einfach komplett gewaggt ok oh Junge was ein Dersch ok was zum was war das alter ok der hat einfach irgendwie eine Eiswand geformt es ist so schwierig warte mal Main Menu Campaign The Adventure oh ok also man kann überall anfangen anscheinend dann machen wir einfach das hier The Tribe ok hier ist ein ganz viel auf dem Baum wir haben 3000 oh was oh mein Gott Alter warum gibt es so viele aueniten Farmer Medieval Ancient Viking Dynasty Samurai Firebird Archer Monk eine Havacher ich weiß nur dass die Havachers früher richtig dumm waren weil die haben geschossen und dann waren sie einfach tot das ist interessant ok Renaissance Painter Fenster Balloon Archer Must Kill Halbwert oh mein Gott hier sind diese ok das ist irgendwie so ein Pferd mit so einem Typen drauf Da Vinci Tank Tank das sind jetzt nicht diese oh wir haben nicht mal wir haben nicht mal das Geld dafür ok Fuawa Harpuna Cannon ok die Cannons kann ich auch noch Chronomancer ein 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 was bitte ein Chrono Mencer das ich muss gucken was der macht die sind einfach gestorben die die sind einfach 100 Feindungen gestorben ok ok er kann die irgendwie versteinern oh mein ach du scheiße Alter was äh ja gut also was der 3000 gekostet und hat einfach alle umgebracht Junge wie geil ist das denn die haben einfach wie so eine Forke und die dann einfach Stroh aufnimmt